Eine irre Aktion von Paris Saint-Germain, sie drohen fünf ihrer Stars mit der fünften französischen Liga. Es ist ja durchaus bekannt, dass Paris Saint-Germain einige Spieler definitiv diesen Sommer loswerden möchte. Diese Spieler sind Gouillet, Icardi, Herrera, Draxler und Kehra. Und jetzt kommt der Knaller, wenn diese Spieler diesen Sommer den Verein nicht verlassen sollten, werden sie für Paris B auflaufen. Richtig, für die zweite Pariser Mannschaft in der fünften französischen Liga. Da können sie doch gleich zu mir in die Kreisliga kommen, da gibt es wenigstens Bier umsonst. Aber was ist deine Meinung dazu? Ist das wirklich die richtige Methode von Paris? Schreibt mal deine Meinung in die Kommentare.